Willkommen mit nun Halle und Rümer, Herr Feuer! Willkommen bei der Rümer und Rümer und Rümer und Rümer. Ich übergebe das Mikrofon an den Geschäftsführer der Frischau, dem wir ins Spielbetriebsleben, Hans Werner Busch, Herzlichen Glückwunsch. Danke, Felix. Ja, es ist so weit. Herzlichen Glückwunsch an den Reichsleiter Piraten. Herzlichen Glückwunsch an die Küchner und Peter Hildes.